Ich lerne Deutsch. Nummer 15347 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Die Quelle der Liebe sprudelt in jedem Herzen. Wir müssen sie nur finden und freilegen. Die Quelle der Liebe sprudelt in jedem Herzen. Wir müssen sie nur finden und freilegen. Die Quelle der Liebe sprudelt in jedem Herzen. Wir müssen sie nur finden und freilegen. Meine Koffer sind weg. Sie wurden gestohlen. Was soll ich jetzt tun? Meine Koffer sind weg. Sie wurden gestohlen. Was soll ich jetzt tun? Meine Koffer sind weg. Sie wurden gestohlen. Was soll ich jetzt tun? Anita springt mit ihrem Pferd über ein Hindernis. Anita springt mit ihrem Pferd über ein Hindernis. Anita springt mit ihrem Pferd über ein Hindernis. Wir haben die Prüfung bestanden und haben beide ein Angebot von einem großen Arbeitgeber in unserer Stadt. Wir haben die Prüfung bestanden und haben beide ein Angebot von einem großen Arbeitgeber in unserer Stadt. Das Ergebnis der Operation war eine lebensrettende Heilung. Das Ergebnis der Operation war eine lebensrettende Heilung. Es ist zehn vor acht. Die Kinder schlafen noch, weil Sonntag ist. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.